Nostalgie, eine Motorradtour auf der Route de Grande Alpe, ein Beitrag von 280 Countries. Im Jahr 1978 fuhr ich mit meinem Bruder Thomas mit zwei Motorrädern die Route de Grande Alpe von der Zentralschweiz bis an die Côte d'Azur. Der höchste Alpenpass ist der Col de la Bonnette mit 2802 Meter Höhe. Erster Tag, 367 Kilometer. Wir starten in München und fahren durch das Allgäu zum Bodensee, den Hochrhein hinauf bis Chur und am Vorderrhein entlang über den Oberalppass nach Andermatt. Wir haben unsere Zeltausrüstung dabei und übernachten auf dem kleinen Campingplatz hinter dem Ort. Die Nacht wird empfindlich kühl. Andermatt liegt auf einer Höhe von 1437 Metern. Zweiter Tag, 363 Kilometer. Gleich am Morgen steht ein erster Höhepunkt der Reise an, der 2429 Meter hohe Furka-Pass mit dem Rhone-Gletscher. Wir folgen der jungen Rhone-Fluss abwärts bis Martigny. Hier biegen wir links ab und fahren jetzt die Serpentinenstraße hinauf zum großen St. Bernhard-Pass auf 2473 Meter Höhe. Der Übergang wurde schon in der Eisenzeit genutzt. Unter Kaiser Claudius wurde ein Fahrweg gebaut und ein römischer Tempel errichtet. Im Jahr 1050 gründete der heilige Bernhard von der Oster ein Hospiz. Ab dem 17. Jahrhundert brachten die Augustiner Mönche die ersten Lawinenhunde hinauf. Napoleon überquerte mit seiner Armee im Jahr 1800 den Pass und ab 1905 gab es eine für Automobile befahrbare Straße. Wir passieren die italienische Grenze und fahren hinunter ins Aostertal. Bei Bré-Saint-Dillier geht es wieder bergauf, diesmal hinauf zum kleinen St. Bernhard auf 2181 Metern. Hier überqueren wir die französische Grenze. Gleich dahinter steht auf einem kegelförmigen Monolith die Statue des heiligen Bernhard von Menton, dem Schutzpatron der Alpenbewohner und Bergsteiger. Die Route de Grande Alpe Es geht kurvenreich hinunter ins Tal der Isère. Noch vor Bourg-Saint-Maurice erreichen wir die Route de Grande Alpe und folgen ihr nach Val d'Isère. Hier hat sich ein großes Skigebiet entwickelt. Im Dezember findet hier das Kriterium des ersten Schnees statt. Im letzten Winter gewann Marie-Therese Nadig aus der Schweiz die anspruchsvolle Weltcup-Abfahrt. Dahinter steigt die Straße zum Col d'Isère an, ein gewaltiger Alpenpass auf 2770 Meter Höhe in einer grandiosen Landschaft. Rechts und links reichen die Schneefelder bis zur Straße. Mit einem Gefälle von 7,5% geht es ins Wall Sinis runter, wo wir in der Jugendherberge von L'Anne-le-Bour übernachten. Es ist ein Gebäude aus groben Natursteinblöcken, das sehr gut in diese Landschaft passt. Dritter Tag 307 Kilometer Über Modan fahren wir bis Saint-Michel-de-Maurienne. Am 12. Dezember 1917 gab es hier ein furchtbares Eisenbahnunglück bei einem Militärtransport mit ca. 700 Toten. Links hinauf geht es mit unseren Motorrädern über den Col de Telegraph nach Valois und weiter in zahlreichen Serpentinen zum oft von der Tour de France überquerten Col du Galibier auf 2.646 Metern Höhe. Von der Passhöhe haben wir einen tollen Blick zurück auf das Dach der Alpen, dem gewaltigen Mont Blanc mit 4.807 Metern Höhe. Bei der Abfahrt kommen die Felszacken und die Gletscherlandschaft des 3.983 Meter hohen Bergs Meille ins Blickfeld. Es folgt gleich ein weiterer Pass, der Col du Lotterie, 2.058 Meter. Wir erreichen die Festungsstadt Priensan mit der von Vauban erbauten mächtigen Zitadelle. Am Nachmittag stehen noch weitere Pässe der Route de Grandalp an. Zunächst folgt der Col du Soir, 2.360 Meter, mit seinen großen Geröllhalten, Casse de Sert genannt. Danach geht es weiter über den Col de Vare, 2.111 Meter und den Col de Reste Fond, 2.680 Meter. Den höchsten Punkt der Route de Grandalp erreichen wir am Col de La Bonette auf 2.802 Metern in den Seealpen. Unterhalb des Passes übernachten wir in Saint-Édienne-de-Tiné am Flussufer. In dem kleinen Dorf findet heute ein Patriciniumsfest statt. Vierter Tag, 108 Kilometer. Über Isola fahren wir ins Tal des Vars und kommen nach Nizza an die Côte d'Azur. Für unser wohlverdientes Bier zahlen wir in der Stadt 15 Fr. 5 Mark. Abschließend stecken wir im Verkehrsstau auf der unteren Corniche bis Monaco. In Monton, nahe der italienischen Grenze, endet die Route de Grandalp. Wir verbringen ein paar Tage auf dem Campingplatz an der Küstenstraße oberhalb des Mittelmeers, bevor wir die Rückreise antreten. Die Route Napoléon Auf unserer Rückreise fahren wir auf der Route Napoléon von Cannes über die Parfümstadt Grasse nach Saint-Édienne-des-Alpes. Ein Abstecher über die kurvenreiche Route de Grette bringt uns von dort zum Grand Canyon du Bourdain. Die Route Napoléon führt dann weiter von Saint-Édienne-des-Bains, Sisteron und Gap in die Olympiastadt Grenoble. Über Charmonie-Montblanc zurück in die Schweiz. Hinter Pontchara erreichen wir wieder Savoyen und bei Albertville das Hochgebirge. Der Wintersportort Mechè fliegt auf einem sonnigen Aussichtsplateau über dem Tal der Arfe. Die aussichtsreiche Landstraße führt hinunter nach Charmonie am Fuß des höchsten Bergs der Alpen, dem schneebedeckten Montblanc, nach Argentière und Valorsin und hinauf zum Col de la Forclare, der schon wieder in der Schweiz liegt. Bei Martinie mündet diese Straße in die Passstraße zum großen St. Bernhard ein und es schließt sich für uns der Kreis. Eine ausführliche Beschreibung der Route von München nach Martinie finden Sie im Beitrag Nostalgie mit vier Maschinen in den Hohen Atlas. Die zurückgelegte Strecke betrug 2387 Kilometer. Diese Motorradtour fand im Sommer 1978 statt. Ich reiste mit meinem Bruder. Dies war ein Beitrag der Reisewebsite 280countries.com Schauen Sie auch auf meine Website mit den Fotos zu dieser Reise und dem Serviceteil, wie immer mit den Möglichkeiten und Kosten der Anreise, der Unterkunft und mit den Eintrittspreisen vor Ort. Im Inhaltsverzeichnis finden Sie mehr als 160 Reisebeiträge aus aller Welt. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiederhören.